Die hätten sie sich gern erspart. 1 zu 2 gegen das Pokalspiel beim ZFC verloren. Nach 33 Minuten das 1 zu 0 unter Mithilfe des Jenaer Schlussmanns Karsten Nulle. 11 Minuten vor Schluss dann der Treffer zum 2 zu 1 Sieg für Meuselwitz. Die Enttäuschung riesengroß. Und dann folgte auch noch die Entlassung von Salvatore Amirante. Der soll neben dem Platz auch noch ausgerastet sein, nachdem er auf dem Platz ja gespuckt hat. Und heute soll alles besser werden, auch weil der Leitwolf zurück ist. Im Liga-Alltag. Torsten Ziegner soll für Torgefahr aus dem Mittelfeld sorgen. Heute im Spiel des FC Carlsers Jena gegen Ingolstadt. Bodo Böck, bitte. Seinen letzten Einsatz hatte er am 6. Spieltag beim 0 zu 2 in Osnabrück. Es folgte die Geschichte mit dem Nicht-Auslaufen. Und nun heißt es auf ein Neues. Mehr Torgefahr aus dem Mittelfeld kann Jena gebrauchen. Nur ein Tor bislang von Mittelfeldspielern. Das ist der schwächste Wert der Liga. Problemzone Abwehr heute. Lanzart gesperrt. Schmitz, Sievers, Petersen, Riemer verletzt. Nordsch rückt nach hinten. Dann die Raute im Mittelfeld mit Ziegner. Orlando kommt über links. Druckenbrot, Hollwein auf der rechten Seite und im Sturm. Hänge. Und das sicherlich die Überraschung. Der junge Amrain erhält eine Chance von Anfang an. Es ist sein erstes Spiel im Dress des FC Carl Zeiss in dieser Saison. In der letzten Saison bestritt er neun Partien für die Thüringer. Ingolstadt von links nach rechts in den ersten 45 Minuten. Mit Leitl und gleich die ersten Möglichkeiten. Buchner. Hier ist Hartmann zur Stelle. Der bislang beste Torschütze der zweiten Liga. Einzige Spitze im Team von Horst Köppel. Hier kommt er nicht mehr an den Ball. Hier haben wir den 61-Jährigen. Und da registriert er natürlich ganz genau. Das war schon die erste vielversprechende Aktion nach einer Minute und 30 Sekunden. Ingolstadt gibt den Ton an. Eindeutig in dieser Anfangsphase. Und sie kommen ja mit breiter Brust. Haben viermal hintereinander nicht verloren. Und hier ist Nulle gefragt. Nulle gegen Buchner. Muss eine Menge riskieren, der Kapitän und Schlussmann des FC Carl Zeiss. Jena gelingt nicht viel in dieser Anfangsphase. Orlando. Wieder ein Fehlpass. Einer von vielen. Und so lassen sie den Ball laufen, die Ingolstädter. Das geht ratz-batz. Das geht fix. Das geht schnell. Zu schnell. Für einige des FC Carl Zeiss. Diskussionen kurzer Art und Natur über einen Strafstoß war keiner. Spiel läuft weiter. Aber dieser Angriff hat gezeigt, wieder über den agilen Buchner, wie gefährlich diese Mannschaft aus Bayern ist. Der Mannschaftskapitän beim Eckball, Leitl. Und dann kommt ein Abwehrspieler herangebraust. Das ist Wenzel, einer der Innenverteidiger. Horst Köppel hat ja auch einige Probleme. Malte Metzelder ist gesperrt. Dadurch kommt es zu einigen Umstellungen im Team seiner Mannschaft. Also Keidel rückt von links nach rechts. Das weiß von Eck alles, das hat er registriert. Damit hat er auch gerechnet. Aber sicherlich eine Überraschung, dass Ruprecht, ein Mann über 1,90 Meter, bei den Gästen als Linksverteidiger aufgeboten wurde. Und Flessers, der Allrounder, spielt vor der Deckung. Wieder ein Angriff, wieder eine Möglichkeit und wieder ist Nulle gefragt. Leitl, Buchner und Carl mit dieser Möglichkeit. Die Angriffe der Ingolstädter werden zu einer beklemmenden Ewigkeit für die Thüringer. Sie strahlen da eine bedrohliche Präsenz aus vor dem Nulle-Gehäuse. Hier haben wir Markus Karl, Mann aus dem defensiven Mittelfeld. Sie spielen ja mit zwei Sechtern, also Karl und wie gesagt Flessers. Vom FC Carl Zeiss im Offensivspiel bis jetzt nichts, aber auch gar nichts zu sehen. Und das überrascht schon, das hatte man anders erwartet. 25 Minuten absolviert, vielleicht jetzt Amrain mit der ersten kleineren Möglichkeit. Amrain gegen Pissot und gegen Wenzel. Der 19-Jährige merkt sofort, wie schwierig es ist, hier in diese Partie hineinzukommen, gegen den Tabellenfünften. Muss sich natürlich auch erst einmal finden im Sturmspiel zusammen mit Hengel. Bislang aber auch zu wenig Unterstützung im Thüringer Spiel aus dem Mittelfeld heraus. Die Deckung steht gut. Vor allen Dingen Hassani, Lukimia, Mulongoti macht einen starken Eindruck, organisiert die Vierer-Abwehr bis zu diesem Zeitpunkt hervorragend. Notch. Orlando. Selbst das klappt nicht beim FC Carl Zeiss. Selbst der schnelle Orlando mit dieser technischen Unkorrektheit. Ball war klar im Aus, hier noch einmal in der verlangsamten Bildfolge zu sehen. Michael Lutz, den wir da kurz im Bild hatten, brauchte kaum einzugreifen. Insgesamt 5.100 Zuschauer bei widrigen Umständen. Es regnet, es schüttet. Und das macht die Aufgabe für alle Beteiligten nicht leichter. Und wieder eine Möglichkeit für die Ingolstädter. Diesmal ist es Moritz Hartmann, der da zu spät kommt. Wieder schnell vorgetragen, dieser Angriff über den Flügel. Und dann schafft es Hartmann nicht ganz da an den Ball zu kommen. Stressor und Nulle besorgen den Rest. Insgesamt ein wirklich virtuoses Spiel der Gäste aus Bayern. Manko, sie schießen keine Tore. Und manchmal ist ihr Spiel auch viel zu schön. Da sind sie dann nicht konsequent genug im Abschluss. Zum Glück für den FC Carl Zeiss. Denn das Beste bis zu diesem Zeitpunkt ist, dass hinten die Null steht. Aber noch sind ein paar Minuten zu spielen. Wieder diese Kombinationen, die den Thüringern viele, viele Sorgen bereiten. Wuttke. Eckball, immer eine Gefahrenquelle. Wieder Stefan Leitl, der Mittelfeldmann und Kapitän. Der immer wieder sich in die Angriffsbemühungen mit einschaltet. So wie in diesem Fall auch Ralf Keidel, der Rechtsverteidiger am heutigen Tag. Dieses System von Köppel hat viel, viel Struktur. Da sind alle mit in den Angriff mit einbezogen. Und Carl Zeiss Jena vor allen Dingen im Deckungsverbund gebunden. Hier haben wir den 61-Jährigen, spielte bei Borussia Mönchengladbach. Ist in dieser Liga der Dienstälteste. Dass er schon mal abgelöst werden sollte in Ingolstadt, weil es nicht so lief. So sagt er, das ist ein pures Gerücht. Natürlich muss sich diese Mannschaft erst einmal formen. Zwölf Mann gingen im Abstiegsjahr. Neun neue sind gekommen. Und das braucht selbstverständlich seine Zeit. Wieder lassen sie den Ball laufen. Wieder diese schnellen Kombinationen. Und das war clever gemacht. Von Assani Lukimia Moulangoti gegen den überragenden Andreas Buchner. Hier noch einmal. Fairer Einsatz. Lässt den Arm am Körper. Natürlich nie und nimmer elf Meter. Ganz einfach clever und abgezockt von Lukimia. Er ist ja schon seit einiger Zeit in bestechender Form. Sehr zur Freude von Eddie Fanek. 38 Minuten absolviert. Wenig Höhepunkte in diesen ersten 45 Minuten aus Sicht des FC Carl Zeiss. Die letzten beiden Spiele gestalteten sie hier unentschieden. Gegen Burghausen und dann noch gegen die zweite Mannschaft von Werder Bremen. Die Fans wollen mehr. Sie wollen endlich einen Sieg. Aber der FC Carl Zeiss ist davon weit, weit entfernt. Jetzt Eckball. Vielleicht bringt eine Standardsituation etwas herausgeholt von Hengen. Der war in der letzten Saison der Torschützenbeste der Mannschaft. Zusammen im Übrigen mit Amiranta. Eckball, Druckenbrot. Der kommt gut. Lukimia geht damit nach vorne. Verschafft sich da Platz gegen Karl. Zu viel Platz, so Daniel Siebert, der Referee aus Berlin. Und er pfeift diese Situation ab. 44. Minute. Ja, vielleicht sogar die beste Aktion des FC Carl Zeiss. Die gefährlichste vor dem Kasten von Michael Lutz. Hier dieser Einsatz von Lukimia wird abgefiffen. Das Ganze aus der Seite.